Die Top 5 Schränke für den Hauswirtschaftsraum Ich habe vor kurzem den Keter Detroit Hochschranke gekauft und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Der schwarze Kunststoffschrank misst 65 x 45 x 182 cm und ist die perfekte Größe für meine Aufbewahrungsbedürfnisse. Der Aufbau war sehr einfach und der Schrank ist stabil und robust. Das Design ist modern und ansprechend und passt perfekt zu meiner Einrichtung. Ich würde den Keter Detroit Hochschrank jedem empfehlen, der eine effektive und preiswerte Aufbewahrungslösung sucht. Ich habe das Biaukinbo zwei Etagen unter Waschbeckenregal für meine Küche gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es bietet viel Stauraum und die Schiebeschublade ist sehr praktisch. Die vier Haken und das Gewürzregal sind auch sehr nützlich und erleichtern die Organisierung meiner Küchenschränke. Das Regal ist einfach zu montieren und passt perfekt unter mein Waschbecken. Ich empfehle dieses Produkt auf jeden Fall allen, die ihre Küche organisiert und aufgeräumt halten wollen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Keter Gulliver Kunststoffschrank. Der B-Schrank sieht in meiner Küche sehr schön aus und ist unglaublich praktisch für die Aufbewahrung von Putzmitteln und Besen. Ich war positiv überrascht von der Qualität des Materials, es ist robust und strapazierfähig. Der Aufbau war einfach und schnell erledigt und der Schrank bietet viel Stauraum. Ich kann den Keter Gulliver Kunststoffschrank jedem empfehlen, der nach einer praktischen und optisch ansprechenden Aufbewahrungslösung sucht. Ich habe das Amazon Basics Lagerregal mit 5 höhenverstellbaren Regalböden und verstellbaren Nivellierfüßen gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Regal war sehr einfach zusammenzubauen und ist sehr stabil, es hält das gesamte Gewicht, das ich darauf platziert habe, ohne Probleme aus. Die verstellbaren Nivellierfüße machen es sehr einfach, das Regal auf unebenem Untergrund auszurichten. Das schwarze Design passt gut in meine Garage und das Beste ist, dass es zu einem erschwinglichen Preis erhältlich ist. Ich würde dieses Regal auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Terry J. Linnett 268 Schrank. Er ist robust und geräumig, mit genügend Platz für Kleidung, Haushaltsgeräte und andere Gegenstände. Die zwei Türen sind einfach zu öffnen und schließen und die drei Einliegeböden ermöglichen eine flexible Anpassung der Aufbewahrung. Besonders nützlich finde ich, dass er sowohl im Innen- als auch Außenbereich genutzt werden kann. Er passt perfekt in meine Küche und erfüllt all meine Erwartungen an einen hochwertigen Schrank. Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.